Sind die nicht niedlich? So einen süßen Fellfreund möchte man doch gerne in seine Familie aufnehmen, oder? Wenn ein Welpe bei euch einzieht, wollt ihr doch ganz sicher gehen, dass sich euer kleiner Schatz von Anfang an bei euch zu Hause fühlt. Was ihr für einen guten Start mit einem Tierbaby gebrauchen könnt, zeigen wir euch in diesem Video. Vorher noch aufs Glöckchen und unseren Abo-Button geklickt und dann schauen wir doch mal, was die Herzen von Welpen höher schlagen lässt. Tipps für einen guten Start mit Welpen. Ist es nicht schön, wie sie euer Leben bereichern? Diese kleinen, tapsigen Flauschepops. Habt ihr schon an alles gedacht? Anmeldung, Impfung, Versicherung, Tierarzt, Transport, Futter, Pflege und Hygiene? Dann zeigen wir euch jetzt, mit welchen kleinen Dingen ihr euren kleinen Tierbabys eine große Freude machen könnt. Zum Beispiel fürs Spielen und Toben. Spielen, spielen, spielen und nochmal spielen. Die kleinen Racker probieren einfach alles aus und erkunden die Welt. Mit tollem Spielzeug könnt ihr den Entdeckergeist und den Spieltrieb eures Welpen so richtig gut unterstützen. Kausspielzeug sollte etwas aushalten und den spitzen kleinen Zähnen standhalten. Und euer kleiner Vierbeiner liebt Wurfspiele. Das hat er einfach im Blut. Das hält euch beide auf Trab und im gemeinsamen Spiel stärkt ihr eure Bindung. Nach diesem anstrengenden Spiel müssen wir jetzt erst einmal ausruhen und schlafen. Oh, gemütlich. Am liebsten haben es die Kleinen ganz weich und kuschelig. Psst, bitte nicht stören. Ein idealer Ort für Welpen sind Liegeplätze mit einer rutschfesten Unterseite und extra weichen Polstern, wo sie so richtig schön entspannen und träumen können. Für ein kleines Nickerchen zwischendurch eignen sich auch Liegekissen und Decken für eure kleinen Vierbeiner. Die kann man auch sehr gut mitnehmen. Auf euren ersten Ausflug zum Beispiel. Kleiner Powernap und schon geht's wieder los. Aber Moment noch, vielleicht eine kleine Stärkung gefällig? Kleine Fresspause. Uiuiui, das ist fein. Auf einem flachen Keramekteller schmeckt es eurem Tierbaby so richtig gut. Und Hunger haben die Welpen rund um die Uhr. So, gestärkt? Dann kann's ja jetzt weitergehen. Und neben Spielen, Schlafen und Fressen wird euer süßer Hundewelpe auch noch regelmäßig, genau, Gassi gehen. Auslauf und das große und kleine Geschäft. Ihr werdet in Zukunft viel an der frischen Luft sein. Am Anfang ist eine Welpenleine wichtig, an der euer kleiner Schatz die ersten Abenteuer draußen erleben darf. Mit einem Geschirr habt ihr es leichter, den neugierigen kleinen Kerl schonend an die Leine zu gewöhnen. Ach, ihr werdet so viele schöne und aufregende Dinge zusammen erleben. Schaut doch mal in unserem Shop, was ihr an tollen Sachen zur ersten Ausstattung findet. Und viel Spaß beim gemeinsamen Entdecken der Welt.